Hallihallo! Gestern waren wir nicht da, es ist jetzt mittlerweile schon Samstag, weil wir waren nämlich gestern unterwegs und haben ein paar Sachen abgeholt. Wir haben nämlich jetzt ein Rollgerüst und weil wir so eine hohe Decke haben, haben wir ein großes Rollgerüst, damit wir auch an unsere drei Meter Decke oben ran kommen und die bauen wir jetzt auf. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Hallo! Sonntag, Cominian probiert gerade unser Gerüst aus. Wir bauen jetzt heute die Glasbausteine aus und jetzt überlegen wir gerade, wie wir das hinkriegen, ohne hier voll den Schaden anzurichten. Gestern haben wir hier gemauert. Habe ich jetzt nicht so detailreich gefilmt, weil wir ja keine Experten sind. Bis jetzt schaut es so aus. Wir haben festgestellt, wir brauchen sehr viel Mörder, weil die Wand extrem uneben ist und wir viel auffüllen müssen. Aber, ja, hier müssen wir eine Reihe dazu machen, weil das hier nur eine Ziegelreihe ist quasi, oder zwei. Eine Ziegellänge. Wir wollen überall die gleiche Fensterbankbreite haben. Wir haben hier nämlich mehr. Deswegen wird hier aufgemauert. Weil hier verstand mal ein Heizkörper muss natürlich dann dementsprechend angepasst werden. колbeif dig also. Wenn wir uns geographicaler happenen, dass ja alles superwartig sind, natürlich. Musik Musik So, wir haben jetzt die Glasprosteine rausgemacht, jetzt müssen wir hier unten noch die Wand wegmachen, die steht nämlich auf dem alten Parkett drauf. Ja, und das wollen wir auch wegmachen, damit die neue Wand, die hier dann wieder das Loch zumacht, ordentlich steht. Musik 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 Hallo, es ist Dienstag. Wir fangen jetzt an mit den Backöfen, weil, wie sich herausgestellt hat, manche Menschen nicht zuverlässig sind, aber das macht ja nichts. Er kommt trotzdem noch, aber damit es ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnt, fangen wir mit den Alten an, die er eigentlich eh nicht so unbedingt haben wollte und so legen die jetzt mal. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020